So, hallo und willkommen zu einer weiteren neuen Folge Doomblade. Heute wollen wir das ja erstmal erkunden, ob wir da eventuell weiterkommen oder hier. So, das wird ein langer Weg, ne? Ja, zu beiden. Okay, das heißt, dann werden wir hier rausgehen und gehen direkt dorthin, wo die Markierung ist. Nein, was mach ich denn da für eine Kacke? Ähm, ja, hier geht's schon mal lang. Okay. Ja, hier war das, ne? So, zack. Ja, hier waren wir noch nicht. Sehr schön. Was? Noch ein Teil des wilden Waldes? So, was haben wir denn hier? An alle wilder Waldschüter, die Lebensmittelabgabe wurde verlängert. Spenden müssen zur täglichen Abholung und zum Transport an die Oberfläche hier abgelegt werden. Verspätete Abgaben werden gemäß den in der verbrannten Erde klausel festgelegten Richtlinien bestraft. Eure Freunde, die Schreckensfürsten. Was labern die? Aber ehrlich? Ne, da geht's nicht mehr. Hä? Hier ist doch irgendwas. Da ist doch irgendwas. Da ist doch irgendein Weg. Jetzt warte mal. Und hier müssen wir ja gar nicht sein. Oder? Ne, da kommen wir ja wieder zurück. Dann haben wir ja wieder zurück. Und hier geht's. Hmm Sehr weird Oh, achso Okay, jetzt kommen wir auch hoch Okay Ach was, hier ist ein Herzcontainer Sack Okay Okay Jetzt müssen wir da noch gucken gehen Ah, hier sind ein Barstuhl So, irgendwo hier oben ist was Aber ich kann da nicht gehen und gucken Nee, geht nicht Auf jeden Fall ist da irgendetwas versteckt Okay, gut Jetzt müssen wir Okay, wo sind wir jetzt? Wir sind dort Das ist auch noch ein Händler Achso, nehmt Herzen in der Nähe auf Ja, das nicht Sehr schön Ähm Ähm So, erstmal mal auf der Karte gucken Das ist mir lieber Kommen wir eigentlich von da nach so nach oben geschossen? Oder fallen wir? Ach nee, das ist eine ganz andere Nein Okay Okay Ähm Hier ist auch noch ein bisschen dunkel Aber ich glaube nicht, dass es da irgendwie weitergeht Hier auf keinen Fall Das ist unmöglich Ähm Entweder hier Glaube ich aber nicht Ansonsten Wäre hier noch eine Möglichkeit Wie kommen wir denn am schnellsten zum Energiesektor? Okay Das wird so oder so ein langer Weg werden Das ist eklig Nein, ich will doch nicht zurück, Mann Und kack die gern Genau So weit ich nachgehe Ähm Wir sind jetzt dort Das ist sehr cool Ah, da können wir nicht rein Huch Kurz aufpassen Zack 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 Achso, ja Warte mal Waren wir hier schon mal? Nein Hm So, ähm, da oben könnte auch noch vielleicht was sein. Falls wir da endlich ankommen. Ne, da kommen wir nicht an. Das geht gar nicht. Ähm, was ist da hin? Ein Stück? Ne, auch nicht. So, von dort kamen wir. Hm. Okay. Wir wollten eigentlich in diesen Energie-Sektor gehen, ne? Das bringt uns hier überhaupt nichts. Das heißt, wir müssen eigentlich hier runter und dann dort lang. Okay. Ach, was mach ich denn da? Komm. Das ist hier. Okay. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ein bisschen hoch. Okay, hier nicht. Okay. Ah, die kann man also auch zerstören. Cool. Okay. 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 Ähm, müssen wir irgendwie noch gefühlt weiterhören. Ähm, hier konnten wir speichern, da konnten wir immer noch nicht. Ähm, ja, müssen wir erstmal gucken, wie wir da hinkommen. Ähm, ja, müssen wir noch etwasen. Okay No 9 Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Nein. Ah, shit. Oh, hier, 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 hier. Zack. Okay. Okay. Das ist eine freundliche Erinnerung daran, dass alle unzivilisierten Sprachen im Tiefland verboten sind. Die Strafe auf die schamlose Verwendung von Wörtern, die nicht aus der Schreckenssprache stammen, lautet Zungenspaltung. Das heißt übersetzt, düster Volk, was beim Sprechen der düster Sprache ertappt wird, wird die Zunge gewaltsam entfernt. Hochachtungsvoll, die Schreckensfürsten. So, was haben wir... Was ist das hier? Oh. Nehmen wir unsere Zunge wieder. Was heißt das jetzt? Ich spüre, wie dein Blut erkältet. Erkältet. Kleiner düsterling. Okay. Was hat dein Herz zum Stillstand gebracht? Kennst du diese Kreatur? Sie sieht, äh, dir verdammt eh nicht. Vielleicht wird, ähm, die Liste der Sünden des Schreckensmeisters noch länger. Ja, was hat das jetzt uns gebracht? Diese komische Zunge? Äh, da, die drei Ruhnen, dafür brauchen wir die. Aber, wir fehlen, wir brauchen hier noch. Da fehlt noch ein Skill und, äh, da fehlen noch zwei. Das heißt, drei Busse kommen noch. Äh, was ist das? Äh, ich möchte das, äh, Wesen von Düsterstein. Äh, hier ist, äh, mein... Ew. Ha, 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 ha.. Ja... Das hilft mir aber nichts! Wir haben jetzt, äh, zwar die Möglichkeit, das jetzt zu lesen, aber... Oh, okay. Süßer Stein, okay. Sie verlichten unsere Häuser, sie verlichten unsere Tempel und jetzt vernichten sie unsere Worte. Die Schreckensfürsten sind böse, die Schreckensfürsten haben keinen Rückgrat. Den Schreckensfürsten kann man nicht vertrauen. Wir haben die Schlacht verloren, beende du den Krieg. Wir haben ein Geschenk für dich, um deine Rache zu befeuern. Oh. Ah. Oh, noch ein Herzteil. Komplettes Herz. Wie schön. Hui. Wie schön. So Da fehlt uns immer noch der Double Jump Aber wo ist denn diese eine Stelle mit den Wänden? Hier war das nicht War das hier? Hä, ne Also irgendwo muss es doch sein So, speichern Okay So 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 Nee, das hatten wir ja schon. Da können wir immer noch nicht rein. Hm. Oh shit. Jetzt bin ich schon wieder hier drin, ne? Okay. Ah ja, stoppt ja. Wie konnte man zurück? Okay. Ah ja, stoppt ja. Ah, passt tot hier. Was ist denn los? Ach nee, nicht die Stelle. Wow, das war knapp. Die Snakes, okay. Ich schau mal hier. Stimmt. Das war doch hier, oder? Nee. Nee, 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 nee. Überhaupt nicht. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wo das nochmal war. Also, das war überhaupt nicht genau. Ich kann mich nicht mehr drauf tun. Evans-Frau. Da ist er noch nicht her. Oh, ich will das noch nicht. Ich habe mich noch nicht. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh! Oh. Oh, oh. Wo war denn diese komische Wand? Wo man hier so rüberklettern könnte? Nee... Naja... Ich weiß es nicht... Okay... Wohin führt er uns? Der bringt uns dort hin, ne? Von dort hin nach dort... Dann hier... Sollten wir vielleicht jetzt... Diese Augen machen? Weil wir jetzt unsere Zunge haben? Nee... Oder ist das einfach Leere? Oh... Ja... Ja... Hier ist was, aber das sehen wir ja nicht... Hm... Okay... Wo gehen wir denn als nächstes? Ich glaube wir gehen erstmal hier hin zum Speicherpunkt und dann werden wir uns am Part... Oh... Hm... Okay... So... Wunderbar... Damit wären wir mal die Folge... Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder... Und dann schauen wir mal... Wie es denn überhaupt hier weiter geht... Ich bin nur am Rätseln zur Zeit... Aber... Okay... Wir sehen uns dann... In der nächsten Folge wieder... Bis dahin... Tschüss... Tschüss... Tschüss...